Mein Name ist Philipp Rudolf und meine Frage geht an Herrn Belli. In Zürich macht die FDP mit der SVP gemeinsame Sachen. Die SVP, die eine Kampagne führt, die fremdenfindlich ist, hetzerisch. Und meine Frage ist jetzt, passt das zu der FDP? Hat nicht ein Zweiertick mit den Verena Diener zum Beispiel eher der Überzeugung der FDP entsprochen? Und schadet es als Zweckbündnis nicht langfristig die FDP?